Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Heute ist schon wieder Mittwoch, wie die Zeit begeht. Ich bin gerade wieder am Frühstücken. Ich muss jetzt gleich auch schon los zur Arbeit. Ich muss mich etwas ranhalten. Ich fand es heute Morgen irgendwie super entspannt, einfach nur auf meinem Bett rumzusitzen und nichts zu tun, weil ich irgendwie immer noch mega müde bin. Ich komme heute nicht richtig klar. Ich werde heute nicht richtig wach. Aber egal, so ist es manchmal. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich bin am überlegen, ob ich heute Nachmittag oder heute Abend zu DM fahre, weil ich nämlich noch ein paar Sachen brauche. Mein Trockenshampoo entleert sich langsam. Wir brauchen neue Zahnpasta. Muss ich mal gucken, ob ich da nachher Zeit für finde. Und ich muss mir das gleich erstmal aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Ansonsten, meine Hübschen, ich versuche es erstmal zu Ende. Hallo, meine Lieben. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Ich mache mich gerade fertig für die Arbeit. Ich muss auch gleich schon los. Aber ich habe wieder total vergessen zu vloggen. Es ist auch nicht viel passiert. Ich war ein bisschen kaputt heute Morgen. Ich habe noch ein bisschen gezockt, dass du noch ein bisschen Fernseher guckst. Und ja, ich muss noch kurz was ausstecken. Ich muss es wegpacken. So. Ein paar Minuten habe ich noch. Ich habe heute auch wirklich nicht viel gemacht, weil momentan auf der Arbeit ist etwas viel zu tun. Und da, ja. Auch wenn mein Schatzi das nicht hören will, aber wenn ich zu Hause bin, will ich mich ein bisschen entspannen. Und nicht nur Sachen machen, Leute. Soll ich meine Brille mal aufsetzen? Vielleicht sehe ich da noch was. Meine Brille. Ich habe mich gerade auch schon sauber gemacht. Essen habe ich gerade auch noch gemacht. Tasche gepackt. Ich stelle euch mal kurz hier so irgendwo hin. So. Meine Käppi. Ich weiß nicht, Angewohnheit. Vorher beteilte ich immer Käppi. Erstmal mache ich die wieder sauber. Wenn man so viel Scheiße durch die Gegend fliegt, dass ich die immer sauber mache. Ich habe ja noch meine Disneyland Käppi. Die ist jetzt nicht dreckig, aber ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Lust, die auf der Arbeit anzuziehen. Anzuziehen dazu ist mir zu schade. Diese Käppi, die habe ich schon ein bisschen länger. So sieht sie aber auch aus. Aber ich sage mal so, die hat, lass mich lügen, 5 Euro kostet oder was? Wenn ich sie damals im Kaufland geholt habe, einfach nur so. So gut wie neu. Fast so gut wie neu. Meine langen Haare. Schwuppdiwupp. Zack. Sitzt. So. Jetzt noch Müll. Zwei Stück abgerissen. Passiert, wenn man nicht aufpasst. Ich habe zwei Stück abgerissen. Ich bin soweit fertig. Ich hatte aber auch nicht wirklich heute hier was zu tun. Es sieht noch halbwegs okay. Also was für halbwegs. Es sieht noch sauber hier aus. Es ist jetzt nichts unordentlich großartig oder sonst was. Ich werde heute auch zwei Stunden länger arbeiten, da ein bisschen mehr zu tun ist auf der Arbeit. Also heißt, ich bin erst so viele Feind zu Hause. Ich freue mich schon, aber egal. Was tut man nicht alles für die Arbeit, ne? Die Tasche ist fertig. Ich bleibe auch nicht großartig wach. Ich war relativ spät. Ich glaube halb neun. Ich habe mich spontan direkt nach der Arbeit noch mit einer alten Schulfreundin getroffen. Und wir waren im Alex und haben so einen Schoko-Shake getrunken. Also ich zumindest. Und ja, der war ganz lecker. Allerdings habe ich die Kamera bei Olli gelassen. Oh, viertel vor neun sogar schon. Ich habe die Kamera bei Olli gelassen, weil ich dachte, vielleicht blockt der. Das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber hat er bestimmt. Und er hat hier alles dunkel gelassen. Ein bisschen Tageslicht reinbringen. Die armen euch Ideen. So, nichtsdestotrotz mache ich jetzt überall erstmal Fenster auf Cape und werde auf die Toilette gehen. Jetzt werde ich gerade noch was essen. Ach, Mucki, was ist denn mit dir? Ach so, ich weiß. Da war eben ein klein wenig Fernsehschauen. Und dann werde ich gleich noch meine Haare machen. Und dann ist schon fast Bettgelzeit. Ja, das ist heute ein bisschen spät geworden. Also was heißt spät eigentlich nicht, aber mein Mann ist man mal irgendwie großartig unterwegs. Versteht ihr, was ich meine? Das war auf jeden Fall sehr schön. Ich war mit, also es ist eine Schulfreundin und mit der habe ich meine Ausbildung zusammen gemacht. Also die war auch in der Schule, wo ich war. Und ja, das war sehr schön. Wir haben uns einfach spontan auf einen Kaffee getroffen. Das hat sehr Spaß gemacht. Und jetzt habe ich echt langsam Hunger. Und ich esse jetzt einfach die Pfannekuchen, die noch übrig sind. Also die, die ich halt morgen nicht mit zum Mittag nehme. Wie ich aussehe. Hier hat mich übrigens irgendwas gestochen gestern am Kanal. Anyways, ich werde jetzt was essen. Ihr Hübschen, ich habe jetzt gerade noch meinen Vlog für Samstag geschnitten. Ich habe mir überlegt, ich mache vermutlich Freitag ein Live-Hangout. Da werde ich mir jetzt gleich mal anschauen, dass ich da eine Nachricht zuschicke. Oder dass ich irgendwie anders noch in einem kurzen Live-Hangout morgen Abend vielleicht noch sage oder so. Dass ich das einmal austeste und dass es dann Freitagabend um 20 Uhr ein Live-Hangout geben wird. Oder vielleicht auch am Wochenende. Ich weiß noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall wird es ein Live-Hangout geben. Und ja, ich hoffe, da freut ihr euch drüber. Ich habe es nämlich wirklich nicht geschafft, jetzt ein Video für Freitag zu drehen. Und ich wollte mir jetzt auch nicht irgendwas aus den Fingern saugen. Das fand ich irgendwie blöd. Und ja, ich muss mir jetzt gleich meine Haare noch richtig hoch machen. Ich habe mir die jetzt schon mal mit so einer Spange hoch gemacht. Weil meine Haare hier vorne sonst immer direkt wieder platt werden. Und das möchte ich so gut wie es geht vermeiden. Da lädt gerade das Video noch hoch. Für Samstag. Und ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Deshalb, meine Lieben, es ist nämlich schon wieder 11 Uhr. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr fürs Zuschauen. Abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Vlog. Tschüss. Tschüss.